. . . . . Guten Morgen, Herr Baulig. Morgen. Herr Baulig, Sie sehen aber frisch aus heute. Haben Sie eine neue Frisur? Oh nein, ich hab nur gut geschlafen. Sie sehen genau richtig aus. Bereit für neue Erfolge? Guten Morgen, Herr Baulig. Sie sehen heute besonders gut aus, Herr Baulig. Andreas? Andreas? Hä? Hast du meine Fragen gehört? Äh, was? Warum ist das Agentur-Modell besser als Coaching? Naja, weil sich dann viele Dienstleistungen leichter verkaufen lassen. Ach so, hab ich verstanden. Ich mach so 50.000 bis 60.000 Euro im Monat. Ab wann kann ich mir ein Rolex leisten? Was ist das? Was meinst du? Was zur Hölle ist du da? Ich bin auf die Ad. Also, bist du bereit fürs Shooting? Ah ja, du meinst eine neue Kampagne. Ja, genau. Mal ein super Shooting. Nur Andreas war ein bisschen bockig. Super witzig. Nur auf Toilette. Mario, kommst du eigentlich zur Party heute Abend? Nee, ich hab keinen Bock. Ah, Gott sei Dank. Hey Markus, was gibt's? Hey Andreas, ich hab ne tolle Idee. Ich werde dir im Büro alles erklären. Hhhhhhh. Bis zum nächsten Mal.